Ich habe dich erwartet, Stranger. Wer bist du? Nur ein Freund, mit vielen Verkaufungen zu verkaufen. Wir müssen Business machen. Was lassen wir erstmal? Warum? Ach, die sind schon im Katalog drin, aber die Sachen noch nicht. Dann würde ich mal sagen, was wir haben, verkaufen wir auf jeden Fall mal. Weil jetzt hat es einen Katalog drin. Wo ich nur eins von habe, die lasse ich mal, aber wo ich schon ein paar mehr von habe. Obwohl, es ist ja eigentlich logischer, wenn ich die Sachen, wo ich nur eins von habe, auch schon mal verkaufe, weil dann kriegt ihr die schneller wieder. Und auch mal. So. Und mir wird auch angezeigt, dass wir die schon mal hatten. Das ist auch schön. Und die Flasche brauche ich auch noch kurz. Super. Ob das jetzt klug war, ist eine andere Geschichte. Aber er hat die Sachen jetzt hier drin. Hatte die jetzt wirklich nur einmal drin, wie ich ihn verkauft habe? Oder da ist mehr davon? Ne, der hat nur einen davon. Okay. Dann nehmen wir den schon mal wieder mit. Dann nehmen wir auch wieder mit. Da hatten, glaube ich, auch keinen von. Und die Tatze auch. So. Aber er hat es auf jeden Fall katalogisiert. Die hat auch so, was ist das? Teleportstein. Anscheinend, wenn du dich einmalig vor einem Speichermoment... Aha. Dann nehmen wir mal ein paar von mit. Wo er nur einen von hat. Wo er nur einen von hat. Aber nehmen wir auf jeden Fall mit. Steht unendlich, ne? Aber... Ich will den kaufen! Hm. Eierschale? Ich glaube, die klingen genauso gut wie Wasser. Okay. Macht man auch überhaupt nichts kratzig damit oder so. Was habe ich angelegt? Gibt es noch was besseres? Ja, das ist natürlich teurer, das bessere. Borkenhemd. Ich kaufe das einfach mal. Die haben es ja. Ich kann dir die Materialien für dich. Doch ich bin nicht ganz sicher, welche Materialien diese Lande deemst. Ich bin nicht von hierher. Ich bin sicher, dass du jetzt gewusst hast. Once du mir eine neue Material-Type, ich werde mit dem Re-Stock meine Store mit dem. Als für deine Rewarden, ich werde dir eine Bonus für die erste neue Material du mir verkaufst. Ah! Du kannst sie mit einem hohen Preis kaufen. Ich... Oh, ja. Ja, ich werde. Die Materialien du mir verkaufst werden ziemlich guter. Ich versuche sie zu re-Stockern, als die Zeit weitergeht. Ich werde auch mit anderen Merchants sharen. Mit unserer Hilfe, du wirst du sehr wertvolle Zeit collecting rarer Materialien. Danke. Du bist wieder, mein Freund. ... ... ... ... Sorry für den kleinen Schnitt, aber ich wurde gerade unsan vom Postboten unterbrochen. Aber naja. Gut. Was ich gerade mitgekriegt habe, wir haben noch ein Blueprint von ihm gekriegt. Da musste es leider runterrasen. Ich glaube aber, sonst hat er nicht mehr viel erwähnenswertes gesagt. Wo war jetzt das Blueprint? Was für ein Blueprint ist denn das? Fragen wir mal so. Naja. Jedenfalls rüsten wir das mal aus. Wer war das? Ich glaube, das war dann der hier. Ich gucke nachher nochmal nach. Beim Rendern oder so. Ich glaube, bis dahin ist es eh egal. Gut. Machen wir uns weiter auf. Jumpen wir erstmal hier rüber. Bevor wir runterfallen. Hier ist... Ach, so eine böse Wandernende ist ein Schlüssel in Flächen. Ist ja gut. Ich weiß, ich komme da nicht durch. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Hier ist nix. Nein, hier ist nix. Aha. Okay. Was ist das? Du hast eine Bombenfrucht entdeckt. Oh Gott, das ist eine Bombenfrucht. Na, kannst du die pflücken und... Aha. Okay. Okay. Gibt's hier nochmal weiter oder so? Okay, so geht das. Vorstellen und so machen. Aha. Huh. Und dann macht's bumm, oder was? Okay. Und dann macht's bumm. Übrigens, die Hähnchen in den Wänden, ne? Ja. Ist auch überhaupt nicht von Castlevania geklaut oder so. Hier ist die Speicher. Ist das doch ein Speichelpunkt? Oder ist das ein Schnellspeichelpunkt? Ich weiß es nicht. Okay. Ist denn das auch screenübergreifend? Dass man die mitnehmen kann? Weil da hinten war ja auch noch eine Wand. Das würde ich eigentlich jetzt gerne mal ausprobieren. Vielleicht, wenn das noch ein bisschen länger dauert. Aber das interessiert mich jetzt gerade. Schauen wir einfach mal, ob das funktioniert. Ach nee, ist ja sogar hier hinten schon. Das war gar nicht ein anderes Screen. So, und... Oh nee. Jetzt... Uh. Was haben wir denn hier Schönes? Noch einen Schlüssel. Okay. Okay. Wir werden schon mal mit Schlüsseln zugeschmissen. Das gefällt mir. Da haben wir auf jeden Fall immer... genug Schlüsse dabei. Ich dachte, das wäre schon auf ein anderes Screen. Naja. Händler war dazwischen. So. Wieso kann man die nicht speichern? Hm. Ist doch... Egal. Okay. Fischer sagt sich, wie das nicht ist. Da oben hängt eine Bombenfrucht. Ich glaube aber sagen, wir suchen erstmal die Wand dazu. Oder können wir die auch schön im Kampf benutzen. Das wäre natürlich super. Ne. Das geht nicht. Ah, die explodiert von alleine! Hilfe! Die hat einen Timer! Wow! Okay. Die hat einen eingebauten Timer. Das ist natürlich auch was Tolles. Na gut, ob das nicht so toll ist, weiß man nicht. So. Jetzt noch herausstellen. Nicht, dass ich jetzt ja auf Timing was machen muss, um das hier rüber zu kriegen. So. Ich weiß, da war noch. Da ging was runter. Was? Da ging was runter. Ja, der Wischel ging da noch runter. Der Weg. Abgrund. Der Abgründe gehen runter. Aber... Na ja. Da. Da gehe ich gleich nochmal hin. Hier komme ich jetzt erstmal tot. So. Schauen wir mal, ob da was ist. Ist ja neugierig, ne? So. Jo. Natürlich ist ja was. Hier geht's nämlich runter. Aha. Da ist das Teil. Müssen wir doch ein bisschen schneller sein. So. Ich hab mal gerne Bauchbruch. Ja. Komm her. Komm her. Ahhhh. Tau, tau. Alles geklappt. Tumino, was ist dunkel hier? Das ist doch verboten. Äh. Was bist du denn? Ih, hau ab! Ih, hau ab! Geweck! Au! Haha. Ich glaub, das hat dem nicht so gut gefallen. Boah, da fährt einfach so eine Stachel aus. Das ist halt, was ist das denn? Da ist irgendwas in der Gade! Quick! Geh es raus! Vier Locken. Ich werde mir ein langer guessern und sagen, wir brauchen vier Schläge. ... Meat Boy. Wirklich! Spiel! Willst du mich jetzt verarschen oder was? Was gibste... Okay. Okay, ich lasse es einfach mal so stehen. Na komm. Okay, das ist exklusiv von der Leine. Okay, da kann man drunter durchkrabbeln. Meat Boy, mach mal, los! Meat Boy, es macht schon! Das gibt's nicht. Passt auch super in das Spiel mit hinein, ja. Warum hat jemand Meat Boy da reingeklatscht? Da. Das war doch Meat Boy, ne? Nicht, dass ich jetzt scheiße rede oder so. Ich kenn das Spiel nicht. Ich kenn ihn noch vom Seen mehr, aber ich glaub, dass das Meat Boy ist. Da müsste ich mich jetzt sehr irren. Ich bin mir nämlich zu 99% gerade sicher. So. Ihr verflixten Viecher, warum sperrt der Meat Boy ein? Der muss doch seine kindlebtige Freundin retten. Oder Schwester, oder was auch immer. Ich weiß es nicht, ich kenn das Spiel nicht. Ah. Die füttet kein Ausweg. Ich seh ja einen Ausweg und der geht da lang. So. Das Dorf ist aber eigentlich ziemlich weit weg, ne? Ja, ne? Ich kann mir vorstellen, dass man später noch irgendwie so da ranhelfen kann. Oder? Dusk, da ist etwas da drin. Ich bin sicher, dass es ein Weg gibt, um da ranhelfen. Wir werden einfach später zurückkommen. Ja. Ich denk mal, dazu brauchen wir eine neue Fähigkeit, dass wir klittern können. Aber, na ja. Das schreib ich doch später. Ah, ist schon wieder einer von diesen Fähigkeiten. Ah, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Geh weg, geh weg, geh, 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 geh. Geh weg, du innenes Viech. Ah. Du bist ekelhaft. So, draufhauen, ausweichen, draufhauen, ausweichen, draufhauen, bam, tot. Au. Achso, es war leider ein Stil. Ich denke mal, ich explodier. Mein Gott, oh Gott. Gut, was machen wir denn mal schönes? Angriff erhöhen. Oder Fidget mal ein bisschen stärker. Ich mach mal erst mal Fidget ein bisschen stärker. Ein bisschen werde ich es ja benutzen. Ist ja nicht so, dass ich es überhaupt nicht benutzen möchte. Aber man kann schon mal sehen, man kann ziemlich viel hier aufleveln. Also, verspricht einen langen Spielspaß. Das ist schon mal schön. Weiter geht's. Machen wir noch nicht beim Dorf. Das ist ganz schön weit weg. Dafür, dass das Schwert das so weit sehen konnte. Achso, sind wir doch schon da. Sieht so, dass wir in die richtigen Richtung gehen. Be on your guard, Dust. Ich fühle mich ein powerful Foe ahead of you. Don't worry, Dust. Ich werde hinter dir immer wieder. Ich werde hinter dir immer wieder. Waaay hinter dir. Ah, das ist eine andere von diesen Spiky Slime-Things. Der Persistence, ich gebe ihnen das. Ich bin ein wenigstens. Ich bin ein wenigstens. Das ist ein wenigstens. Das ist eine gute Zeit, um die Parry Technik zu zeigen. Lass es ihn zu strecken. Hey, you dazed it! Das wird auch interessant mit dem Parieren. Ich werd's eh wieder vergessen. Hi. Hi. Ja, es ist einfach über die Flüge nach dem Westen. Und ich denke, du bist gerade in der Zeit. Was hast du gesagt? Die Monster attacks da unten haben sich immer schlimmer. Bis zum nächsten Mal, ich versuche, dass ich jemanden hörte. Sie ist richtig, Dust. Ich kann jemanden hören, zu helfen, weiter nach dem Weg. Lasst uns gehen. Ja, bitte, schnell. Sei vorsichtig.